Und ich kann confidently lügen, weil ich so ein Video hab. Nee, Moment. Ja, sehr gut, super. Moment, sehr gut. Sehr gut. Ich hatte lügen. Das hat man jetzt so nicht gemeint. Ja, nimmst du auf? Ähm, yes. Also, okay. Hallo an alle die zuschauen und auch an alle die nicht zuschauen. Ähm, wir spielen Minecraft und reden vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ja, okay, tschau, bye. Bye. Tschüss. Was wird denn heute unser Qualitätscontent? Hm. Schaufeln oder graben? Uns von beiden. Das ist gut. So, haben wir noch ein zweites Beacon vielleicht? Warte mal. Ja, haben wir. Oh, haben wir das? Ja, geil. Ja, ja, ja. Das ist gar nicht so blöd. Dann stelle ich das nämlich mal hier. Wo stelle ich das auf? Da hinten vielleicht? Ja, da hinten in die Tasche nicht. Ja. Das ist ja dann nicht. Und ich bin fast zu dem weg. Nein, ich bin fast zu dem weg. Dann bin ich fast zu dem weg. Ah geil, drin dir. Gibt's denn da, oder? Naja, Tokio gibt's. Tokio. Tokio ist Tokio, aber was war das Zweite? Kyoto. Ah, ah, Kyoto, ja gut. Kyoto-Kio. Akustisch schlecht verständigt. Aber da gibt's, ja gut, mehr als du jemals anschauen kannst. Oh, ja. Äh, ja. Ehrlich gesagt, mehr da, um Leute zu treffen, als Sachen anzugucken. Weil gesehen hab ich das meist ja schon. Na, true. Und erzählt, dass ich mich für Wrestle Kingdom verabredet hab? Mit diesem komischen, random Typen aus dem Internet? Ja. Sehr gut. Ja. Den hast du auch immer noch nicht gesehen, oder? Ja, auf Insta halt. Hm, naja. Jan verabredet sich nämlich gern mit komischen, ähm, komischen fremden Männern im Internet. Ja, ja, ja. Bleib. War nicht schlecht, war inhaltlich nicht schlecht, aber... Ja, Ausführung war mangelhaft. Ja. Das ist leider wirklich so. Hilft nicht. Es hilft sich auch nicht. Alles. Alles. Nimmst du... Nimmst du da einen zweiten Peak, oder was, Martin? Hab ich. Hier. Achso. Das klingt noch ein Plan. Oh. Wenn wir den anderen abbauen können, weil der ist nicht mehr... Oh. Nee. Der ist nicht mehr relevant. Kümmer mich auch mal drum. Ich versetz den auch. Kriege ich es geschissen, da drauf zu landen? Ja, kriege ich. Okay, sehr gut. Boah. Das Ding macht so geile Geräusche einfach. Die FP fahren? Nee, die... Der Beacon. Achso. Ich hab den... Ja. Biacon. Die FP fahren mal ganz fürchterliche Geräusche. Ich wollte gerade sagen, es ist ja... Tja, also... Da geht da gar nichts von jetzt. Legt es bei eigentlich gerade? Ja. Ein bisschen vielleicht. Aber jetzt geht es gerade. Hat das auch irgendwie aus irgendeinem Grund gerade vorhin noch einen extrem niedrigen Pink... Oder einen hohen Pink besser gesagt? Ja, ich weiß auch nicht warum. Wow, jetzt... Okay. Ja, ich merke es gerade, ich stehe gerade unendlich im Nether-Portal. Aha. Ach du bist im Nether? Jetzt falle ich aus der Welt. Also wenn du im Nether bist, dann erklärt das die Sache ein bisschen... Wo ist denn Jan gerade? Wo ist denn Jan gerade? Neben Martin? Ja, hier. Hier, weil wir sind... Wir sind fast nebeneinander. Aha. Ach, da. Guck an. Bau mal einer, guck. Wir sind hier quasi produktiv. Ich nicht. Ah! Jetzt baust aber du die ganze Scheiße hier ab. Warte. Warte. Jetzt bin ich hier nochmal hochfliegen. Du... Warte. Finde ich schwierig. Warte, ich baust schon ab. Ja, ja, warte. Ich komm ja auch hoch. Okay, ist nicht schwierig. Nee, nee. Ich hab bloß gerade voll verfliegt. Ah, danke. Ach so. Was macht Jan denn da? Guck mal jetzt auf und schubst du aus, bitte. Ah. Warum machst du ne Mütze auf? Ne Mütze? Warum hat ne Mütze auf? Ja, Maske. Warum macht dann ne Mütze auf? Was? Was? Guck mal. Komm mal, wir haben wirklich ne Mütze auf. Ich hab aber kein Resurse Pack drin. Ich hab aber kein Resurse Pack drin. Huh. Warum hat... Was? Hä? Was? Hä? Okay. Äh. Das kann sein, dass das von Optifine kommt. Komm. Ja, Kulios. Tja. Wollt ihr mir die Eisenblöcke noch herschmeißen, die ihr dabei habt? Ich hab keine. Ja. Also. Thomas, du welche? Warum willst du mich erschießen? Hilfe. Ah! Du hast das erste Mal nen Crossbow getroffen. Wirklich. Ja. Wow. Äh. Ne hab ich nicht. Meine... Meine Inventar ist voll. Also. Ah ja. Gut. Gut. Dann hab ich sämtliche... verfüge über sämtliche Eisenblöcke. So. Aber stell ich jetzt das zweite Beacon auf... Das ist eigentlich noch effizienter, wenn man zwei Beacon nebeneinander stellt. Nö. Ich glaube, das heißt Toolstack zu ihnen nicht mehr. Wie effizient wirst du instant abbauen eigentlich noch machen? Ja. Ja. Ist eh schon Instamining quasi. Das ist das Spiel voraussehen, was ich abbau. Achso. Jo. Abbauen per Gedankenkontrolle, oder? Ja. Ja genau. Sehr gut. Der erste. Der erste. Da ist der erste. Der Beacon wieder nicht auf der Höhe platziert. Jetzt schwebt der am Ende wieder rum. Ja. Ne. Ich bin doch nur aufregend, Jungs. Grab doch kein Loch, damit ich nen Beacon da rein stelle. Also jetzt. Hör mal hier, ey. Hä? Das hast du doch beim ersten auch gemacht, oder? Nein. Was? Was? Wenn ich beim ersten erst gegraben hatte und dann Martin den Beacon platziert habe. Ah, stimmt. Genau. War das eigentlich glücklicher Zufall? Lala. Ja, ja. Lalalalalal. So war's. Ey, was soll das denn? Ich wollte was hauen. Ja. Hau das das Hühnchen, oder so. Aber nicht mich. Alter. Hm? Hä? War was? Was machst du da, Jungs? Ja, der haut mich. Ich war gar nicht in der Nähe, du. Das war kein Bullshit. Du hast das auf Video. Du bist bestimmt an mir vorbeigeflogen und hast mich gehittet. Nein. Und ich kann confidently lügen, weil ich's auf Video hab. Nee, Moment. Ja, sehr gut. Super. Moment, sehr gut. Sehr gut. Lügen. Das hat man jetzt so nicht gemeint. Profi. Profi, Alter. Ja, genau. Ich kann das confidently sagen, weil ich's auf Video hab. Und das Ding ist, das glaubt mir jetzt keiner. Aber wenn wir später wieder am Dizzy sitzen und die Folge gucken, wirst du dich in den Kopf fassen. Nee, nee. Und die Wahrheit läuft die Folge dann einfach. Kommt die Wahrheit jetzt. Meine Güte, ey. Wahrheit, sowas gibt's auf einen Kanal eigentlich. Hier gibt's nur Lügen. Die man ja confident machen kann, weil es ja Video ist. Man hat's auf Video, ja. Ja. So. So viel Zeug zum Abbauen. So. So, jetzt haben wir wieder nen Beacon mehr. Also, das heißt wieder eins mehr. Das eine halt wieder. Wieder, wieder. Du, ich dulde keinen Widerspruch. So. 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 So viel. So viel. So viel. So viel. So viel. So viel. Also. Na ja, über die Markierung hinaus. Ach so. 2. Ja das macht gar nix. Minimap-Settings, da kann man doch irgendwo einstellen. Information-Settings, Koordinates da geschrieben. 481. Das Ding ist ja, dass man für die Erde das Peaken gar nicht bräuchte, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Ah, für den Stein ist es dann sehr schön. Allerdings. Mein Gott, ist da nur noch viel. Oh Gott. Weißt du, Jan, wo ich gestern gesagt hab, da ist ja gar nix mehr so viel. Das ist auch nicht. Es ist schon gut, was passiert eigentlich, also so ist es ja nicht. Ja, das ist die Hälfte. Ich bin wohl. Es sind noch zwei Ecken, die wir machen müssen. Ja, die Ecken gehen halt hoch. Naja. Naja, du gehst auch hoch, sagt auch keiner was. Warum ist das nicht gewohnt, dass Dinge nach oben gehen? Witzig, witzig. Ja. Erektile Dysfunktion. Ja. Lustig. Ja. Ja, ja. 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 Ich glaub, so halb war das mal. Denkst du? Ja, doch. Dann hat jemand den Nexus gebaut. Ja. Ja. Bin ich denn? Wo bist du? Ja, weil die Welt hier im Nether nicht erinnert. Keine Ahnung, wo ich bin. Ach so. Moment. Da komm ich. Ich glaub, wenn wir auf diesem Server lag, technisch mehrere schweres Verbrechen begangen. Es wird noch schlimmer. Ja, ja. Wir bräuchten mal den Server, den 2B2T. Wie? Oh Gott, stimmt. Oh, shit. Oh